hallo liebe youtube gemeinde herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir ich bin ja auch schon ein wenig älter und ich habe natürlich früher viel fern gesehen und damit auch viel werbung und eine der werbungen war ja milky way ist so leicht und locker die schwimmt sogar auf milch so ich habe jetzt hier mal diese milch genommen so es ist normale erhaltbare vollmilch 1,5 prozent fett so für alle fälle habe ich mir schon mal ein glasreiniger eingestellt und sowas naja haben wir gucken silvarolle steht ja auch schon falls doch mal was überpütschert nun aber zum wichtigsten ich werde jetzt mal den milky way auspacken so den haben wir jetzt hier und den werden wir jetzt mal in der schale versenken mal gucken ob er schwimmt und wie wir sehen die werbung hat nicht gelogen das finde ich ja mal klasse also das heißt früher war werbung besser der hat nicht gelogen zumindest nicht immer gut so für alle die jetzt glauben da ist trotzdem noch was drunter ihr seht ich versuche ihn unter zu kluckern die schüssel ist wirklich komplett komplett seht ihr jetzt habe ich ihn komplett auf den boden gedrückt da ist er wieder also nichts gefakt es funktioniert also wirklich so und das werde ich mir noch mal müßlich dazu kippen und dann wird lecker dann schönen tag noch